Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rollercoaster Tycoon Classics, meine Lieben. So, wir haben ja in der letzten Folge Force 4 Tears geschafft und werden jetzt Dynamite Dunes anfangen. So, denn... Go! So. So, wie wir sehen können, ist hier schon... Ah, hier können wir... Auch bloß durch Attraktionen. Gut. Komm her. Unser Geld durch Fahrdurchsäfte machen. So, okay. Denn... Legen wir mal los. Drei Euro können wir lassen. So. So, komm mal her. Wir bauen jetzt... So, hier... Ich gucke mal, wie das aussieht. Was haben wir an... Essenstände haben wir... Alles klar. Wir werden erst mal auf aufregende Attraktionen gehen. Machen die Höchstfinanzierung und starten. So, okay. So, okay. Denn... Würde ich so ja sein. Das war... Dann reißen wir erst mal die Palme ab. So, wir bauen erst mal die Toilette auf. Essenstand. Unten die Tränke stand. Damit wir erst mal hier die Leute versorgen können. Die schon drin sind. Und danach fangen wir gleich auch an... Ähm... Ja, jetzt eine Attraktionen zu bauen. Wir gucke mal, was haben wir denn hier im Sortiment. Ja, wir bauen hier vorne gleich den Twister auf. Sag, komm mal her. Machen wir übrigens 50. Genau. Wo bekommst du dir? Sag, hier. So, dann bauen wir hier im Kind sogar noch gleich das Geisterhaus auf. Lassen wir auch mal 1,20. Dafür kommen sie auch umsonst drin. Mh... 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 und hier so 15.000 aber so würde ich sie hinstellen wollen weil so haben wir gut noch platz er würde sagen nein kann man nicht bauen hmm 20.000 naja gut warum wir jetzt mal Karusse auf so ja Karussell machen wir mal auf 1 Euro eröffnen stellen noch ein Mechaniker ein was würden mir die Woodchips kosten? ich weiß ich würde ja die Woodchips eigentlich nicht bauen aber mal gucken wie die mir kosten wird naja die würde mir 9300 ja komm ja 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 Okay. Hier mal ein A-Stile hin, damit es auch mal ein bisschen Verzüßig bekommt. Schaukel auf. So, du spielst gerade durch die. So, du wandelst mal hier vorne. So, du spielst gerade hier rum. So weit wandert. Ja, dann hat er nämlich die Attraktion gleich hier mal in den Griff. So, du spielst. 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 ich habe mich nicht mehr so viel zu besitzen nur eine achterbahn für erweiterung mindestens mindestens 650 besucher bis oktober im jahr 3 und eine parke wertung von 600 zu haben wo wir selber schaffen jetzt habe ich schon 341 und ich werde jetzt die prüfung und denn sehen wir weiter nach so für alle 1602 fans ich mache weiter nach den prüfen ja weil die kampagne sehr schön ist denn wird trägt mir auch viel mit diesen bildschirm hier ganz ehrlich knistert aber orient schön und wie ich weiß nicht was da los ist ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, 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 ja. Nice. Also ganz ehrlich, Leute, ich hasse es, mit Attraktionen Geld einzunehmen. Ich hasse es. Ich würde lieber finden, mit, 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 mit Parkeingang Geld zu verdienen. Das ist viel besser. Das ist meine Meinung, aber jeder spielt ja anders. Nee, ich kann nur wieder auf 3,50 Uhr gehen. 1,50 Uhr, ja, Technos Tier, jawoll. Warum war Burgengang grau? Ja. Hm. Topspin. Ja. Ich hab die Fresse voll verletzt. An, aus, an, aus, eine knisterte Zoll, ich hab Angst, dass sie mir in die ganzen Weißen über deine Welt ist. Jetzt ist es aber gut. Die Welt ist, dass sie mir in die Welt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020